1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los! Alle warten auf das Licht Fürchtet euch, fürchtet euch nicht Die Sonne scheint mir aus den Augen Sie wird heut Nacht nicht untergehen Und die Welt zählt laut bis 10 1, hier kommt die Sonne 2, hier kommt die Sonne 3, ist der hellste Stern von allem 4, hier kommt die Sonne Die Sonne scheint mir aus den Händen Kann nicht verbrennen, kann nicht blenden Wenn sie aus den Fäustigen bricht Hört es leis auf das Gesicht Sie wird heut Nacht nicht untergehen Und die Welt zählt laut bis 10 1, hier kommt die Sonne 2, hier kommt die Sonne 3, sie ist der hellste Stern von allem 4, hier kommt die Sonne 4, hier kommt die Sonne 7, sie ist der hellste Stern von allem 8, 9, hier kommt die Sonne 8, 9, hier kommt die Sonne 8, die Sonne Sehr, sehr beeindruckend. Konntest du mit dieser Ballade was anfangen, Bülent? Absolut. Ich habe es dann im Hafen gesehen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja den ganzen Text mitgeschrien. Ich habe auf nichts geacht, es war mir scheißegal, das war Rammstein. Leute, du bist weiter. Das ist ja krank. Und Till Linnemann sitzt zu Hause wimmernd in der Ecke und sagt, ich habe Angst vor. So geil, so geil. Die Sonne, das wollte ich auch mal singen als Engel und du hast es gesungen. Geil. Sorry, ich bin noch drauf. Ja, ist richtig. Wer wollte das nicht singen? Ja. Also ich wollte eigentlich auf das achten, was da passiert auf der Bühne, aber ich wurde von vorne angeschrien und ich wurde von links angeschrien. Dann stand er auch noch hier auf dem Tisch und ich habe gesehen, wie es hier immer weiter runter ging. Ich habe alles verstanden. Ich konnte leider. Ich habe mein Mikro zerstört. Ich habe alles zerstört. Ich habe meinen Hals zerstört. Ich weiß gar nicht. War Wahnsinn. Geil. Habe ich nicht gerechnet. Aber habt ihr auch Indizien gesucht? Nee, das war mir scheißegal jetzt. Ich habe nur abgefahren gesehen. Habt ihr nichts gesehen? Aber da waren drei Tänzerinnen. Die waren total sexy. Und die eine hatte die Schuhe von Hoche an. Das haben wir gesehen. Auf jeden Fall die mit dem weißen Kleid. Aber da habe ich gesehen. Ich habe die anderen gewedelt. Die haben gewedelt. Und sie hat ein Stecken in der Hand. Das war ja nur ein Angebot. Und die Gefährte hat eine Pyramidenmütze. Ja, das war es nicht. Was wir euch versucht haben, ein wenig unterschwellig anzubieten. Das war es. Guck mal, das war es. Eine Schlange. Ein Schlangenstock. Ein Zepter. Ein Kudu. Ein Dings. Hier die Schuhe. Die Schuhe von Stierköpfe. Ist es Hoche? Ach, ein Stier. Es ist Hoche. Vielleicht. Nein. Kaut ein bisschen was drauf rum. Ist ja immer noch machbar. Aber die Sendung geht ja noch ein bisschen. Vielen Dank Alien. Beziehungsweise Anubis. Das Alien kommt ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alien. Du hast es frei. Oh, man.